Auflösung für den Gatten Ich erklärte Arce das mit der Wolke. Eine Wolke ging nach Troja, sagte ich. Ich war es nicht. MGM hat die Rechte an einem Kriegsfilm. Große Investoren waren beteiligt, wissen Sie? Ist nicht jeder Krieg ein Film, der auf einer solchen Wolke basiert? Geht es nicht immer im Zentrum an einem Phantasma, um das gekämpft wird? Müller erkennt den Fake und geht in Flammen auf. Jemand löscht ihn mit ihrem Bademantel. Danach muss er erkennen, dass sich seine Frau in Luft aufgelöst hat. Er war mit einer Wolke liiert. Er hat für eine Wolke gekämpft. Dann erfolgt einer der schärfsten Angriffe in dem Text so gezielt und unmissverständlich, dass auch an dieser Stelle die Mythologisierung des Filmstars, die vor dem Privatleben noch nie Halt gemacht hat, vollends ins Auge stechen muss. Es geht um Merle Monros Psychoanalyse, die nun nicht mehr bei dem Arbeitsbündnis Spezialisten Ralf Greenson vorgenommen wird, so war es in der Realität, sondern bei einem Lackoyaner namens Cheese Man. Also einem Kameralächler. Norma Jean erklärte ihm, dass Arthur Millers Grübchen am Po keinerlei erotische Anziehungskraft auf sie hätten und auch Miller habe keinerlei erotische Ausstrahlung auf sie. Das war kurz nach ihrer Eheschließung in New York und Miller erhoffte sich seinerzeit Nachwuchs von ihr. Die Antwort des Psychoanalytikers war die Lacan'sche Formel, dass das Begehren stets das Begehren des Anderen sei. Darunter verstand die Patientin Norma Jean Baker nun, immerhin ging es um den Po ihres Gatten, eine Visualisierung von Yves Montand beim Geschlechtsverkehr mit Arthur Miller. Diese homoerotische Szenerie unter Männern war natürlich für Norma Jean nicht besonders erotisch ansprechend. Die Lösung bestand darin, dass sie sich dann die Sicht in ihres Analytikers zu eigen machte, der ein kleines Problem mit asiatischen Jungen zu haben schien. Sie beschrieb ihm gegenüber Arthur als einen asiatischen Jungen und sah seine strahlenden Augen. Dieser Blick auf ihren Gatten, den brauchte sie nur zu übernehmen und schon hatte das Begehren des Anderen ihr eigenes Begehren entflammt. Das Begehren des Analytikers konnte sie sich durch diese Finte zu eigen machen, während seine Erklärungen und seine eigenen Rekonstruktionen ihres Begehrens fehlschlugen. Komplex ist das Begehren, weil es in der Rivalität mit dem Anderen tritt. Das hat Lacan immer so gesehen. Und ne. Carstens Anspielungen auf das französische Paralleluniversum zum Monroe-Kosmos, das seinen Ort in Jean-Luc Godard's Le Mepri 1963 hat, personifiziert sich in Carstens Drama immer wieder in der Figur von Fritz Lang, der schon bei Godard eine Schlüsselrolle einnahm und mit dem Merle Monroe tatsächlich weiß nur kaum einer einen wichtigen Film in ihrer Karriere gedreht hat, nämlich Clash by Night 1952. Dieser Fritz Lang-Film wird selten gezeigt und auch in dem Kontext der Monroe-Rezeption geht er weitgehend unter. Sie fand diesen Regisseur, also Fritz Lang, soweit die Überlieferungen reichen, allerdings ziemlich abstoßend. Und er soll auch nicht besonders gut mit ihr umgegangen sein. In Carstens Theaterstück heiratet Norma Jean von Troy nun sogar Fritz Lang, Prophetin, den Taliban an, nachdem diese die Pferde ihres Gatten beim Feuer getötet haben. Sie lässt sich ausbilden als Prophetin. Von ihrem geliebten Gatten art Arthur kein Wort mehr. Und diese Parallelität, also dieser Übergang von Arthur Miller zu einer geträumten Liaison mit dem grauenhaften Filmregisseur Fritz Lang, zumindest so die Überlieferung, der stellt sich auch in Godards Film ein. Nämlich in Les Mepris gibt es ja diese Szenerie, wo die Sexikone Brigitte Bardot von ihrem Ehemann, der Drehbuchautor ist, also Michel Piccoli, verschachert wird an den Filmproduzenten. Und daraufhin stellt sich eben ihre Verachtung ein, die dem Film ja den Titel gegeben hat. Und das Ganze findet im Hintergrund eben tatsächlich auch vor einer Verfilmung, die Fritz Lang da versucht von der Odyssee statt. Das Drehbuch geht um die Odyssee, die verfilmt werden soll. Das ist Chateau Marmont, das immer wieder genannt wird. Das ist ein berühmtes Hotel in Los Angeles, in dem Melle Mono tatsächlich abgestiegen ist. Und über das es aber einen Film gibt von Sofia, einen neueren Film von Sofia Coppola, nämlich Somewhere, einer der wenigen Spielfilme, die zeigen, wie langweilig es sein kann, ein Filmstar zu sein und in diesem Luxushotel zu wohnen. Die Parallelität oder die Übereinanderblendung von Monroe im Chateau Marmont und dem Film Somewhere findet einmal ganz wörtlich statt, wo einfach an einer Rennstrecke die Rede ist, die Norman G. Baker gekauft hat oder zugelegt hat. Und diese Rennstrecke spielt ja anfangs in dem Film, wo der Hauptdarsteller Johnny Marco mit einem Ferrari durch die Gegend fährt, eine große Rolle. Ja.